Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute schauen wir uns mal ein schwedisches Betriebssystem an, namens Xtix. Xtix Linux ist ein schwedisches Betriebssystem, welches auf DeepIn basiert, DeepIn 23, so wie ich das sehe, und wurde geforkt von DeepIn 23 Alpha 2. Ersteller oder Entwickler, Chefentwickler ist ein älterer Herr namens Arne Exton. Es gibt wohl in Schweden so eine Linux Community, eine große Linux Society, die hosten quasi auch dieses gesamte Exton Projekt und wenn ich das jetzt hier schon so richtig mal überflogen habe, erstellt Exton Linux, was ja im Prinzip dieses Society so ein bisschen darstellt, halt mehrere Betriebssysteme, eben basierend auf verschiedenen Sachen. Exton OS zum Beispiel basiert auf Ubuntu mit Gnome Desktop, dann Extix, das schauen wir uns jetzt gleich an, basiert eben auf DeepIn und Debian. Dann gibt es noch ArchX, Exton OpenSUSE und so weiter. Das sind halt Forks von bestehenden Betriebssystemen, die einfach nur irgendwas mit Exton und Tix und Exton kombiniert werden. Ja, die Webseite ist meines Erachtens jetzt nicht besonders schön. Die ist nicht gestaltet von jemandem, der sich ein bisschen mit Design befasst oder mit guter Ästhetik, wie man eben eine Webseite aufbaut. Es sieht mir eher so aus, als wenn hier einfach ein WordPress-Template genommen wurde und einfach nur so ein hässlicher großer Linux-Banner gegoogelt, einfach Linux gegoogelt, Linux-Banner und dann einfach diesen Banner genommen. Also es ist hässlich, möchte ich mal sagen. Es ist wirklich eine ziemlich hässliche Seite. Aber wir schauen uns jetzt mal Extix DeepIn 23 an und schauen mal, ob das Betriebssystem wenigstens hübscher ist als die Webseite. Wenn man auf Download klickt, kommt man hier eben auf Sourceforge.net und da kann man dann Extix entsprechend herunterladen. Ich habe das Ganze schon runtergeladen und auch schon auf meinen Ventoy-Stick gezogen, denn wir installieren das Ganze jetzt hier auf echter Hardware. So, hier befinden wir uns jetzt auf dem Ventoy-Stick und hier haben wir auch Extix Linux Boot in Normal-Mode und dann sind wir hier im Grub-Bootloader. Ist ein bisschen überladen mit dem Hintergrund. So und hier kann ich Other Languages auswählen, allerdings nicht einfach Enter drücken, sondern E und dann kann ich jetzt hier die Locales auswählen und hier steht Locales. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Hier steht also IT und dann IT UTF8 und da kann ich jetzt hier einfach mal auswählen DE und DE UTF8 und dann haben wir hier noch Keyboard Layouts. Da nehme ich dann einfach DE. sehr gut. Dann würde ich sagen F10, um diesen Eintrag zu speichern und zu starten. Dann bin ich mal gespannt, ob wir unsere Installationsroutine oder die Live-Umgebung jetzt auf Deutsch ist. So, das sieht ziemlich gut aus. Wir haben hier eine Legitimierung, Anmeldung zum Schlüsselbund. Das Passwort lautet Live. Einfach L-I-V-E. Und schon sind wir auf der Oberfläche und können im Prinzip jetzt hier in der Live-Umgebung schon so ein bisschen rumschauen, rumprobieren. Hier haben wir auch gleich einen Link zum DeepIn Forum. Das sieht also aus wie eine ganz normale Standard-DeepIn-Umgebung. Hier unten ist dann der Refractor-Installer. Da gehen wir einfach mal drauf. Da öffnet sich so ein Terminalfenster im Hintergrund und jetzt hier der Refractor-Installer. Der ist nicht sehr schön, möchte ich gleich sagen. Der ist nicht sehr intuitiv. Ich hätte dann doch mir gewünscht, zum Beispiel einen Installer wie Ubiquity oder eben den Calamares-Installer, den man eben so kennt. So, hier sagt er mir, dass jetzt mehrere EFI-Partitionen entdeckt wurden und ich solle doch bitte jetzt hier keine vorexistierenden EFI-Partitionen formatieren. Gut, das nehmen wir jetzt zur Kenntnis und sagen einfach mal weiter. Also so wie es aussieht, trotz dass eben anfangs auf Deutsch eingestellt wurde, der Refractor-Installer bleibt weiterhin auf Englisch. Okay, dann ist das so. Wir kommen aber, denke ich mal, hier ziemlich gut zurecht. So, hier habe ich jetzt Möglichkeiten, Optionen noch anzuwählen, die ich noch haben möchte für die Installation, wie zum Beispiel separate Home- und Boot-Partitionen noch erstellen zusätzlich. Diese könnten auch verschlüsselt werden und eben auch mit ja, Random-Data-Verschlüsselung. Das dauert aber mehrere Stunden und dann würde ich sagen, machen wir mal okay. Wir lassen einfach den Standard, so wie es ist. So, und jetzt werde ich hier gebeten, meine Partitionen selber zu erstellen. Und das ist so eine kleine Besonderheit hier. Das heißt, hier ist schon mal, ja, die erste Grenze für etwaige Anfänger und Umsteiger geeignet oder die, die einfach mal ganz schnell ausprobieren wollen und sich mit der ganzen Partitionierungsgeschichte nicht so auskennen. Ich glaube, die sind dann jetzt hier an ihrer Grenze. Denn Xtix möchte, dass ich hier meine Systeme eben selber partitioniere. Und ich rufe jetzt einfach mal Geparted auf. So, und da haben wir hier die SDA. Das ist die 238 GB. Die ist auch okay. Das ist die, die ich jetzt auch haben möchte. Und hier ist jetzt schon was drauf. Das können wir allerdings alles löschen, sage ich mal. So, machen wir einfach mal hier entfernen, entfernen und entfernen. So, das kann ich jetzt hier nicht entfernen, weil es eingehängt ist. Dann muss ich es erstmal raushängen. Und das mache ich am besten mit dem U-Mount-Befehl. Und zwar setze ich diesen U-Mount-Befehl eben auf diesem Pfad an. U-Mount, Sash Media, User und dann 8, 3 und so weiter. Kann ich mit Auto Complete machen. Drücke Enter und dann wurde diese Platte ausgehängt. Ich kann jetzt hier nochmal aktualisieren im Prinzip. Mal anwenden und dann hier alles neu laden. So, jetzt ist im Prinzip geladen. Und hier sehen wir, dass diese Partition hier auch nicht mehr eingehängt ist. Das heißt, diese kann ich jetzt hier auch löschen. So, sehr gut. Und anwenden. Und jetzt kann ich hier im Prinzip eine vollständige neue Partitionierung durchführen. So, zuerst möchte ich die Partitionstabelle erstellen. Da nehmen wir auf jeden Fall GPT. So, dann eine neue Partition. So, die allererste Partition soll eine EFI-Partition sein. Also, die Boot-Partition im Prinzip, die machen wir 512. Das ist in Ordnung. Ich hätte es jetzt auch, 300 hätten vielleicht auch gereicht. Ich nehme jetzt einfach 512 und sage FAT32. So, einmal hinzufügen. Dann müssen noch Flags hinzugefügt werden. Das können wir dann aber erst machen, wenn das erstellt worden ist. Machen wir gleich. So, jetzt möchte ich noch eine Swap-Partition hinzufügen. Also, neu. So, dann, da würde ich sagen, 4 GB reichen. Okay, machen wir 4000. Runde das jetzt einfach mal. Also, ich rechne das jetzt hier nicht extra aus. Das ist in Ordnung so. So, dann machen wir Linux Swap. Einfach auswählen. Einmal hinzufügen. Ja, 3,9. Das ist in Ordnung. So, und den Rest mache ich dann im Prinzip, ja, die Primär-Partition, die Home-Partition im Prinzip oder die Root-Partition für das Betriebssystem. So, dann können wir das so, wie es ist, erstellen. Einmal anwenden. So, und wenn er dann damit fertig ist, wird die Partitionstabelle hier nochmal neu eingelesen. Und dann setzen wir jetzt hier oben bei der Boot-Partition noch ein Flag quasi. Da sieht man dann hier, Markierungen bearbeiten. Und da setze ich den ESP und Boot-Flag. Also, wenn ich ESP auswähle, wird automatisch auch Boot ausgewählt. Und dann einmal fließen. Er hat ja anfangs den MSFF-Data, den Microsoft-Data-Flag, ausgewählt wegen dem FAT32. Dachte der, das ist quasi eine ganz normale Daten-Partition. Ist es aber nicht. Es ist ja eine Boot-Partition. Also muss diese auch entsprechend so geflaggt sein. Und so ist das Ganze jetzt hier im Prinzip fertig. Und dann können wir jetzt hier GParted schließen einfach. Ich mache mal das Terminal hier runter. So, und er sagt jetzt, bitte geben Sie an, welche EFI-Partition eben benutzt werden soll. Wir haben gerade die SDA1 erstellt. Und die nehmen wir auch. SDA1. Okay. So, jetzt fragt er, wohin das Betriebssystem installiert werden soll. Das ist dann SDA3. Die haben wir auch erstellt. Okay. Und zum Schluss fragt er jetzt dann noch, ach so, erst mal, welches Dateisystem. Da sage ich EXT4. Das ist in Ordnung. Und er müsste jetzt noch nach der Swap-Partition fragen. Und da gibt er jetzt hier an, select a Swap-Partition. Swap-Partition SDB3 nimmt er jetzt hier gleich, weil er die bereits gefunden hat. Okay. Das ist in Ordnung. Nehmen wir. So, hier habe ich jetzt versehentlich nicht ausgewählt, die Swap-Partition. Ich sage jetzt einfach auf OK und dann wird er jetzt einfach ein Swap-File erstellen. Gut. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Ich müsste jetzt alles abbrechen und nochmal von vorne machen, wenn ich dann doch die Swap-Partition auswählen möchte. Gut, sei es drum, alles halb so wild. So, hier fasst er das Ganze auch nochmal zusammen und sagt hier, letzte Chance. Und dann würde ich sagen, proceed with the installation. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, schon mal unsere Locates und so weiter auszuwählen. Die Schriftart ist nicht sehr nett. Das sieht nicht sehr gut aus. Das ist alles irgendwie ziemlich schmal. Ich weiß. Aber da kriegen wir schon irgendwie hin. So, ich werde jetzt hier einfach mal DE machen. Da haben wir DE. Und hier ist DE.UTF8. Das ist bereits vorausgewählt schon. Wahrscheinlich auch anhand der Locates, wie wir die ISO hier gestartet haben. So, deswegen einfach Enter drücken. So, hier ist DE-UTF8 bereits vorausgewählt. Auch da sage ich gleich OK. So, wie es ist. So, jetzt kommen wir hier zur Tastatur. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mein Tastaturmodell auszuwählen. Ich nehme jetzt einfach generische PC-Tastatur mit 105 Tasten. Da kann man immer nichts verkehrt machen. Und ich nehme Standard Deutsch als Tastaturbelegung. So, keine Alt-GR-Taste und so weiter. Steuerung rechts, Windows-Taste rechts und so weiter. Kann ich hier alles auswählen. Ich nehme einfach der Standard für die Tastenbelegung. Ganz oben. Und hier steht keine Compose-Taste. Da ich nicht weiß, was das ist, sage ich einfach keine Compose-Taste. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit noch mit STRG-ALT zurück. Also mit STRG-ALT und Backspace-Taste. Kann man den X-Server beenden. Will ich das haben? Nö, will ich nicht. Also sage ich nein. So, und jetzt muss man aufpassen. Jetzt kommt da oben dieser schwarze Text. Eigentlich ist jetzt diese Vor-Konfiguration, die ist jetzt durch. Allerdings fragt mich jetzt die Konsole schon, dass die Partition DEV-SDA3 bereits Dateien enthält. Ob ich denn mit der Installation fortfahren möchte? Und da sage ich ja. Das Problem ist, dass man das leider nicht sieht. Also werde ich jetzt hier einfach ein Y reintippen, auch wenn man es nicht sieht. Und dann Enter drücken. Und dann hoffen wir mal, dass der das Ganze hier ausführt. So, hier geht es jetzt um die Installation des Bootloaders. Und ich sage jetzt schon mal vorweg, ich habe schon ein paar Mal versucht, X-Tix zu installieren und habe es bis jetzt noch nicht geschafft. So, dann schauen wir erstmal, was hier steht. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, auf CH-Root zu drücken. Dann öffnet sich ein X-Terminal und dann kann ich quasi händisch den Bootloader installieren. Wenn ich einfach auf Continue drücke, wird die Installation jetzt abgeschlossen. Und zwar unabhängig davon, ob ich einen Bootloader habe oder nicht. Ich muss dann irgendwie selber zusehen, wie ich an einen Bootloader komme. Und abbrechen würde eben bedeuten, dass die ganze Installation abgebrochen wird. Wir werden jetzt mal, wir sehen ja hier Target slash Boot slash EFI. Das ist im Prinzip die Boot-Partition. SDA1 sollte bereits eingehängt sein. Das können wir auch nochmal überprüfen. Indem ich hier sage LSBLK hier oben. Und dann sehen wir tatsächlich, dass hier Target slash Boot slash EFI ist also eingehängt. Und das schauen wir uns jetzt direkt an, indem ich sage Install Bootloader. Jetzt steht hier auch unten Setting up Grub Bootloader. Please wait. Und jetzt werde ich hier schon gebeten, quasi einen neuen Benutzer anzulegen. Und da nehmen wir den Benutzer Typ. Das können wir so machen. Permit sudo for new users. Dann werden wir das mal so machen. Okay. Und Root-Account können wir auch lassen, nur für den Fall der Fälle. So, dann ein neues Passwort. Da vergebe ich dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. Und dann sage ich einmal OK. So, aus irgendwelchen Gründen hat das wohl jetzt hier nicht geklappt. Also werde ich das Ganze jetzt hier nochmal machen. Okay. So, Installation ist wohl jetzt fertig. Und ich könne jetzt das System booten. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal neu und schauen, ob das geklappt hat. Einmal neu starten. Ja, und das war es im Prinzip auch. Wir sehen jetzt hier nur einen blinkenden Cursor. Und mehr wird da jetzt auch nicht kommen. Ich habe jetzt die Installation von Xtix schon auf vielen verschiedenen Systemen, eben auch in einer virtuellen Maschine, schon durchgetestet. Und ich habe es auf noch keinem einzigen System zum Laufen gekriegt. Und ich muss sagen, das ist doch schon ziemlich bezeichnend. So, und ich versuche jetzt mal diese Installation irgendwie zu reparieren, in der Hoffnung, dass das wirklich irgendwie möglich ist. Und werde jetzt aber statt Xtix einfach mal Debian starten, die Debian Live ISO. Und ich nehme hier wirklich auch die ganz, ganz große Installations-ISO. Nämlich die, ich glaube, die sind vier Gigabyte groß. Ich gehe jetzt auf Advanced Options und gehe hier in den Graphical Rescue Mode. So, dann werden wir jetzt hier erst mal eine Sprache auswählen. Deutsch und Deutschland. Das Layout ist auch Deutsch. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir unsere, ja, Xtix-Installation irgendwie reparieren können. So, ich habe mich bei dieser Debian ISO tatsächlich auch für die, ja, riesengroße ISO mit entschieden, die auch alle proprietären Firmwaren mitliefert. Ganz einfach, um hier sicherzustellen, dass die Hardware vollständig erkannt wird. So, hier wird er jetzt fragen nach dem Rechner-Namen. Damit ist jetzt wirklich nur dieser Rettungsmodus gemeint. Und ich nenne das Ganze jetzt hier einfach mal Rescue. Ja, die Fritzbox ist quasi der Domain Name Server. Ich lasse das alles aber hier vollständig frei. So, hier wird jetzt angefragt, welches Root-System ich verwenden möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob die Laufwerke jetzt hier alle in der richtigen Reihenfolge auch so sind, wie wir sie vorher hatten. Bisher war es ja SDA 3, also SDA 1, 2 und 3. Ich werde jetzt SDA 3 auch erstmal nutzen. Ich muss nur nachher schauen, dass ich die richtige Festplatte nachher auswähle, wenn ich den Bootloader neu installieren möchte. So, möchten Sie eine separate Boot-Evi-Partition einbinden? Da sage ich einfach mal Ja. So, ich habe jetzt einfach eine Shell, eine interaktive Shell auf DevSDA 3 mal ausgeführt, einfach um auch sicher zu gehen, dass ich jetzt hier die richtige Festplatte habe. Und wenn ich jetzt hier schaue, SDA, das ist die 238 Gigabyte Festplatte, das ist tatsächlich dann auch die richtige. Das ist also in Ordnung. So kann ich jetzt sicher gehen, dass das die richtige ist. Also die SDA ist jetzt die richtige Festplatte, die hier repariert werden möchte. Und jetzt möchte ich die Shell wieder beenden. Das ist in Ordnung. Und jetzt kann ich sagen, den Grub-Bootloader neu installieren. So, hier muss ich jetzt das Gerät eingeben, wo der Bootloader quasi hinzeigen soll oder wo der Grub-Bootloader dann installiert werden soll. Und das Gerät ist slash dev slash SDA. Das ist das Gerät für die Bootloader-Installation. Hier wird jetzt keine Partition angegeben, sondern das Gerät. So, wir machen weiter. So, und so wie es aussieht, hat er das jetzt einfach neu installiert. Das ging auch recht zügig. Und ich werde jetzt einfach mal das System neu starten, in der Hoffnung, dass das funktioniert hat. Wir werden jetzt mal gucken. So, und das hat quasi wunderbar funktioniert. Das heißt, ja, die Installation des Grub-Bootloaders hat tatsächlich wunderbar geklappt mit dem Rettungssystem. Hier wird jetzt auch mein Debian-Server erkannt, mein Backup-Server. Und hier ist jetzt auch Deepin23, was im Prinzip Xtix ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal Enter und starten jetzt unser neu installiertes Xtix-System und schauen mal, ob die Installation wenigstens ordnungsgemäß durchgelaufen ist. So, sehr schön. Wir sind jetzt drin. Es weist hier nichts darauf hin, dass es sich um ein Betriebssystem namens Xtix handelt, sondern hier steht überall Deepin23 Community oder Deepin. Und ja, dann würde ich sagen, einmal das Passwort rein. Und dann sind wir auch schon drin in unserer Installation. Und hier ist wieder die Legitimierung mit dem Anmeldeschlüsselbund. Ich schaue mal, ob das auch jetzt der neue ist. Okay, das war nicht korrekt. Dann werden wir mal schauen, ob das noch der alte ist. Ja, das heißt, das Passwort ist live. Das Passwort für den Anmeldeschlüsselbund lautet weiterhin live, obwohl das hier nicht mehr die Live-Umgebung ist. Also L-I-V-E. Gut, im Prinzip wurde das Betriebssystem von der ISO hier auf die Festplatte gespiegelt, so wie es aussieht. Denn hier der Deepin-Link ist immer noch derselbe zum Deepin-Forum. Und hier unten gibt es immer noch den Refractor-Installer. Und ja, jetzt, wo wir hier einmal drauf sind, können wir uns einfach mal dieses Betriebssystem mal fix anschauen. Ob es hier irgendwas Besonderes gibt. Erstmal stelle ich fest, das ist alles wunderschön auf Deutsch. Das ist in Ordnung. Das hat also wunderbar geklappt. Und bei Hintergrund und Bildschirm kann ich dann tatsächlich hier mir ein paar Hintergründe auswählen. So, hier gibt es dann auch eigentlich eins mit Exton Linux und Exton SE. Dann werde ich dieses Hintergrundbild jetzt einfach benutzen. Für beide. Okay. Und so, dann haben wir da wenigstens schon mal ein bisschen eindeutig, dass wir uns hier auf einem Extix-Dinux uns befinden. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier unten jetzt alles in der Leiste haben. Also den Refractor-Installer, den haben wir ja jetzt hier nur schon gesehen. Ich möchte den jetzt einfach mal abdocken, dass der hier nicht mehr da ist. Hier haben wir das LX-Terminal. Dann haben wir hier den Synaptics-Paket-Manager. Und der Synaptics-Paket-Manager, die Synaptics-Paket-Verwaltung ist im Prinzip Debian-Standard und auch Ubuntu-Standard. Wer also mit Ubuntu und Debian viel arbeitet, der wird den Synaptics-Paket-Manager auf jeden Fall kennen, lieben und schätzen. Dann haben wir hier noch eine Einstellungsverwaltung und zwar den Refractor-Snapshot-GUI. Hier habe ich nämlich jetzt die Möglichkeit, einen Snapshot zu erstellen in verschiedenen Art und Weisen. Und mit diesem Snapshot kann ich quasi eine eigene Live-ISO auch erstellen. Das heißt, ich kann alles so einrichten, wie ich das möchte. Dann mache ich einen Refractor-Snapshot und kann diesen Snapshot dann zum Beispiel auf eine andere Festplatte installieren. Ich werde jetzt hier einfach Exit machen. Ich möchte jetzt hier keinen Snapshot erstellen. Dann gibt es hier einen Browser. Und so wie es aussieht, handelt es sich hierbei um einen Google-Browser mit diversen Links schon vorgegeben. Und wir schauen uns mal direkt hierüber an. Der Browser heißt einfach nur Browser. Es ist quasi ein Chromium-Browser. Dann haben wir PCman.fm als Standard-Dateiverwaltung. Hier haben wir das Kontrollzentrum. Das ist im Prinzip die Einstellungsverwaltung. Da kann man neue Konten erstellen, die Auflösung entsprechend anpassen und ändern. Hier in den Einstellungen, da gibt es dann zum Beispiel auch Personalisierung. Und hier kann man dann den Deep-In-Desktop ein bisschen konfigurieren. Zum Beispiel kann man eine spezielle Akzentfarbe festlegen. Das wird dann hier zum Beispiel bei diesen Markierungen dann angezeigt. Grün, Orange, Pink, Blau. Blau finde ich sehr gut. Das passt, glaube ich, am besten. Und hier unter, da gibt es dann noch das Symbol-Thema, welches man sich dann hier auswählen kann. Das sieht hier aus wie, ja genau, Papyrus Dark und Papyrus Light. Vintage gibt es noch, dann Flow kann man hier nutzen. Und ganz normal Hazy. Ich weichere das mal ab. So haben wir jetzt hier Hazy. Dann die Maus kann man hier noch verändern. Und hier oben bei Desktop gibt es dann noch die Möglichkeit, entweder in den Design-Modus zu gehen, so wie wir das jetzt hier haben. Oder wenn ich den Effizienz-Modus mache, dann hat man hier im Prinzip so eine Leiste, die so ein bisschen an KDE, Windows und so weiter erinnert. Ja, für die, die im Prinzip mit diesem Style ein bisschen besser klarkommen. Und ich kann mir dann noch aussuchen, möchte ich das Doc oben, unten, links oder rechts haben. So, hier kann man dann auch die Größe der Apps anzeigen. Ich mache tatsächlich mal ein bisschen größer. Finde ich so ein bisschen schöner, dass man hier auch ein bisschen was sieht. Sehr gut. Und ansonsten gibt es dann bei den allgemeinen Einstellungen hier nicht auch, nicht viel mehr als bei anderen Einstellungen eben auch. So, sehr schön finde ich, dass man hier den Grub-Bootloader entsprechend konfigurieren kann. Und zwar kann ich hier auswählen, welches eben der Standard sein soll. Dazu muss man hier natürlich ein Passwort eingeben. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, Debian soll hier als Standard, also gestartet werden. Oder ich kann zum Beispiel sagen, Deepin soll quasi als Standardbetriebssystem gestartet werden. Wenn die Zeit abläuft, die automatische Zeit, dann wird ja mal ein Standardbetriebssystem gestartet. So, dann kann man hier eine Startverzögerung im Prinzip reinmachen. Die kann man aber irgendwie nicht festlegen, also wie lange die Startverzögerung sein soll. Wenn ich die ausschalte, wird der Grub-Bildschirm gar nicht angezeigt, sondern gleich das Standardbetriebssystem geladen. Und ich kann das Thema aus- und abschalten. Wenn ich das abschalte, habe ich diesen Standard schwarzen Grub-Bootloader. Und wenn ich das einschalte, habe ich eben auch dieses Hintergrundbild. Sehr, sehr cool, dass man das hier so schön einstellen kann. Und hier kann ich dann zum Beispiel auch aktualisieren. Und ja, wir machen mal hier unten weiter. Da haben wir hier irgendwas mit dem Herzchen. Hier steht App Store. So, Laden ist fehlgeschlagen. Einmal konnte der die Repositories jetzt hier gerade nicht laden. Ich weiß leider nicht, woran es jetzt liegt. Möglicherweise sind die Repositories noch nicht aktuell. So, ich habe also das System jetzt einmal komplett neu gestartet. Und hier steht weiterhin Laden fehlgeschlagen. Also, wer mir sagen kann, warum das hier fehlschlägt und wie ich das ändern kann, dass mir hier die Deep-In-Apps alle angezeigt werden, der kann das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich werde das Ganze jetzt hier einfach mal so lassen. So, wir haben hier den, äh, noch einen, ja, Deep-In-Datei-Manager. Also, wir hatten ja hier schon PC-Man.fm. Also, wir haben hier zwei Datei-Manager zur Verfügung. So, jetzt hat er einfach mal mal so ganz spontan mein Hintergrundbild geändert. Das wollte ich gar nicht. Aber wir lassen das jetzt auch einfach mal so. Also, ich werde da jetzt auch jetzt hier nicht nochmal dran rumdoktern. So, das wäre dann der, ja, Deep-In-Datei-Manager. Der passt natürlich sehr viel besser ins System rein. Und ich kann hier helles Thema und dunkles Thema auch aktivieren. Das ist auch immer sehr angenehm dann für die Augen. So, und, äh, ja, dann lassen wir das mal hier weiter. So, dann gehe ich hier mal in die Multitasking-Ansicht. Ich nehme mal an, dass hier dann neue verschiedenen, äh, ja, Workspaces im Prinzip angezeigt werden. Und sobald ich hier auf das hier klicke, wird mir hier irgendwie wieder dieses Hintergrundbild, dieses blaue Hintergrundbild angezeigt, was ich ja gar nicht haben möchte. So, jetzt habe ich meinen Pinguin wieder. Und hier haben wir, äh, Desktop-Anzeigen. Falls ich irgendwas offen habe, kann ich hier einfach wieder auf den Desktop zurück. Und dann schauen wir jetzt mal hier in das Anwendungsmenü rein, was wir hier noch so alles haben. So, da gibt es noch einen, äh, ja, ein Programm namens Musik. Das ist im Prinzip, ja, ein einfaches, ein einfacher Musik-Player, ein Abspielprogramm. So, dann, äh, gibt es dasselbe noch als Movie-Player. So, auch das ist ein Deep-In eigener Movie-Player. Sieht ziemlich, ja, einfach aus. Da kann man dann hier, äh, Deep-In Introduction. Das machen wir jetzt einfach mal. So, die, äh, Ton habe ich jetzt mal vollständig abgeschalten. Den hören wir jetzt also nicht. Da kommt aber Ton. Das, äh, kann ich bestätigen. Und, äh, ja, hier wird jetzt im Prinzip, ein Reel, ein Show-View, äh, was Deep-In ist und wie das funktioniert und wie das aussieht. Und, äh, ja, gut. Wer das also, ähm, haben möchte. So, dann haben wir ein Image-Viewer-Album-Draw gibt es. Das ist ein, ja, Malprogramm. Alles auch, äh, Deep-In eigen. Alles, ja, von Deep-In selber. Ein einfacher Text-Editor. Dann gibt es hier noch ein spezielles Terminal. Das ist das, äh, Terminal von Deep-In. Und vorhin haben wir ja noch das LX-Terminal hier genutzt. Die ganze Zeit. Das finde ich auch okay. Äh, gut. Ja, warum, äh, jetzt hier zum Beispiel zwei Dateimanager und eben auch zwei verschiedene Terminals installiert sind, verstehe ich jetzt nicht so ganz. weil das Deep-In Terminal scheint mir jetzt auch nicht, äh, irgendwie was Schlechtes zu sein. So, dann gibt es noch einen einfachen Mail-Client, der so ein bisschen an dieses alte Microsoft-Mail erinnert. Hier kann man sich dann, äh, ja, hier kann man dann seine Mailbox einrichten. Vorgegeben sind hier auch, äh, diverse chinesische E-Mail-Anbieter. Das liegt halt daran, dass Deep-In tatsächlich auch aus China kommt, ganz klar. Aber man kann eben hier auch seinen Google-Mail-Account, seine Yahoo-Mail oder eben andere Mailboxen einrichten. Ich werde das Ganze hier abbrechen. Ich möchte jetzt hier keinen Mailbox einrichten. Und wir schauen mal weiter. Da gibt es ein Handbuch-Manual. Und hier in diesem Manual kann man dann, ja, einfach mal sämtliche Programme sich anschauen, was diese machen und wie sie funktionieren. Dann gibt es hier einen Kontrollmonitor, ein Prozessmonitor, den ich persönlich sehr, sehr schön finde. Der ist sehr, 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 sehr schön gestaltet. Links mit der CPU-Auslastung und mit dem Download- und Upload-Geschwindigkeit. Hier dann die Anwendungen, die laufen. Das sind nicht die Prozesse, das sind die Anwendungen. Und die Prozesse laufen hier unter Dienste. Da sieht man dann auch sämtliche Prozesse dann auch nochmal. Also es sieht ähnlich aus wie der Microsoft Task Manager. Meines Erachtens hier ein bisschen schöner. Und ich glaube, dass der auch ein bisschen funktionabler ist. Und der sieht eben sehr, sehr schön aus. Okay, machen wir weiter. Und dann gibt es den Boot Maker. Und der Boot Maker ist so ein bisschen wie, ja, Etcher. Und da kann man dann hier ein ISO-Abbild hier einfach einladen und dann einen USB-Stick anschließen und dann hier einfach auf Weiter. Und dann wird die ISO entsprechend auf den Stick gebrannt. Dann haben wir hier einen Gerätemanager. Und dieser Gerätemanager zeigt einem dann genau die ganze Hardware an, die man eben so hat. Und für die man eventuell auch spezielle Firmware braucht. So sehen jetzt hier die Stats aus. Das ist also meine Labormaschine, der HP Compact Elite. Also kein neues Modell. Es ist schon ziemlich viele Jahre alt. Ich glaube, 10, 15 Jahre ist das Gerät bestimmt schon alt. So, dann sind hier die Festplatten, die drin sind. Der SanDisk 3.1. Das ist im Prinzip mein USB-Stick mit dem Ventoy, mein Ventoy-Stick. Die Venus Corp. Da ist jetzt hier im Prinzip das, ja, X-Tix Linux drauf installiert. Und dann gibt es hier noch meine Festplatten. Auch die Toshiba-Festplatte mit den 2 Terabyte. Das ist meine Datensicherung. Ja, und dann haben wir hier noch diverse andere Sachen, die hier verbaut sind. Und das Ganze dann doch schon ziemlich detailliert. Was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Weil das fehlt mir in anderen Linux-Betriebssystemen immer mal so eine wunderschöne Übersicht. Die auch detailliert und dennoch auch schön angeordnet ist. So wie hier. So, und bei Treiber wird jetzt hier im Prinzip die Hardware gescannt. Und dann wird er gleich feststellen, ob proprietäre Treiber benötigt werden oder nicht. Ich nehme mal an, wenn man zum Beispiel eine Nvidia-Grafikkarte hat, würde das Ganze dann hier vorschlagen, dass Treiber, ja, verwendet werden müssen, die oder nachgeladen werden können. Und, ja, hier sind dann im Prinzip die Treiber, die er installiert hat. Und die sind alle auf dem neuesten Stand. So, machen wir mal weiter. Hier gibt es noch einen Locker Viewer. Auch das ist sehr, sehr gut. Man hat dann hier ziemlich schnell Zugriff auf sämtliche Log-Protokolle. Zum Beispiel für den Grafiktreiber, aber auch für die Installation, für den dpkg-Paketmanager. Dann diverse Anwendungen. Dann das Kernel-Protokoll. Auch da kann man dann entsprechend nachschauen, wenn es zu Fehlern kommt. Oder eben auch das Standort-System-Protokoll. So, dann gibt es hier noch einen Kalender, Taschenrechner, einen Fontmanager, einen Archivmanager, einen Package-Installer. Da kann man dann dpkg-Pakete einfach reinziehen hier oder eben auswählen. Und dann wird das dpkg-Paket installiert für all jene, die das Ganze nicht über ein Terminal machen können oder wollen. So, dann gibt es noch ein Disk-Utility. Bei der Installation haben wir ja dpkg-Paket verwendet als universelles Disk-Utility. Und Deepin bietet ja auch ein eigenes Disk-Utility-Programm, eine eigene Disk-Utility-Software, wo ich dann eben Partitionierungen durchführen kann, wo ich Festplatten auch einsehen kann. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Das Schöne ist halt, was ich persönlich sehr schön finde, ist, dass das Ganze sehr, sehr gut aussieht. Ich weiß, das wird immer irgendwie so ein bisschen vernachlässigt. Ja, bei mir muss es nur funktionieren. Es muss nicht schön aussehen. Da, das sehe ich anders. Ich finde, der Mensch ist nun mal ein Augentier, wie man so schön sagt. Und wir stehen doch alle doch sehr auf Ästhetik und wollen, dass Dinge nicht nur gut funktionieren, sondern im Idealfall auch noch gut aussehen. Das ist uns auch wichtig. Und ich finde hier, es sieht wirklich gut aus. So, dann gibt es hier einen Welcome-Screen. Den haben wir gar nicht gesehen, als wir das erste Mal gestartet haben. Der wird mit Deepin-Standard gemäß mitgeliefert. Und da ist halt dieses Video auch drin, was wir uns heute schon mal kurz reingezogen haben. Dann gibt es hier den Design-Modus und Leistungs-Modus. Ich glaube, ich habe schon mal ein Video zu Deepin gemacht. Findest du hier oben auf dem i. Und da bin ich auch diesen Welcome-Screen mal durchgegangen und habe das hier ein bisschen detaillierter erklärt. Es gibt eine Kamerasoftware. Da ich hier keine Kamera installiert habe, gibt es da im Prinzip auch nichts zu sehen. Also es ist keine Webcam hier installiert. So, dann ist hier tatsächlich das ein oder andere Spiel mit drin. Gomoko, was wahrscheinlich sowas wie Go ist. Genau, das ist dieses Brettspiel Go. Dann Lian Lian Khan. So, dann gibt es noch Backup in Restore. Hier kann ich dann eine Datensicherung durchführen. Bei Computer öffnet sich im Prinzip einfach nur der Standard-Dateimanager. Hier, so, Deepin Home ist so eine Art, ja, Support-Seite. Das ist eine Software. So, hier haben wir mal wieder einen Netzwerkfehler. So, jetzt einfach nochmal neu gestartet. Und im Prinzip ist das quasi, ja, tatsächlich sowas wie eine, ja, kleinere Homepage, könnte man sagen. Da ist ein Wiki mit drin. Da ist der GitHub-Account von Deepin. Und da kann man dann Bug-Reports machen. Man kann hier in den Support-Foren gehen, Empfehlungslisten und so weiter und die News sich anschauen. Dann gibt es noch einen Downloader. Hier haben wir dann das LX-Terminal. Das haben wir ja schon verwendet. Desktop-Eignenschaften. Hier der Dateimanager PCman.fm. Den Icon Browser, den haben wir ebenfalls schon gehabt. Und dann gibt es noch ein Mousepad als Alternative zu dem Standard-Text-Editor, den Deepin ja hier schon mitbringt. So eine Office-Suite fehlt hier vollständig. Die gibt es hier nicht. Ja, das war es im Prinzip. So, dann Neo-Fetch ist nicht installiert. Dann einmal sudo apt install Neo-Fetch ist gar nicht verfügbar. Das heißt, in den Standard-Repositories von Xtix Linux gibt es Neo-Fetch scheinbar gar nicht. Und das bedeutet, wir müssen Neo-Fetch mal aus den Quellen installieren. Dann machen wir das einfach und gehen hier einfach auf Neo-Fetch suchen im Prinzip danach. Und da haben wir hier das GitHub-Repository von Dylan Arafs. Das ist das Original im Prinzip. Latest Release haben wir dann hier. Dann installieren wir den ganzen Spaß einfach. Und nach Downloads, das ist in Ordnung. So, dann öffnen wir und dann machen wir einfach hier entpacken. Okay, dann haben wir das Ganze auch entpackt. Und dann gehen wir hier rein in den Ordner. Bis wir hier bei diesen Make-Files und so weiter sind. Dann in Terminal öffnen. Und dann einfach, machen wir ein bisschen größer. Und dann einfach sudo make install. Also ganz einfach. Passwort rein. Und dann Verifizierung erfolgreich. Und da kommt dann auch keine weitere Meldung. Die Installation ist quasi durch. Und dann sollte das Ganze jetzt funktionieren. Wenn ich jetzt hier Neo-Fetch eingebe. Jawohl. Und dann ist Neo-Fetch da. So, kommen wir nun zum Fazit dieses Systems. Also ich erkenne leider nicht, was jetzt der Unterschied ist zwischen, ja, normalem Deep-In, beziehungsweise Ubuntu-Deep-In-Environment und eben XTX-Linux. Außer, dass hier vielleicht das ein oder andere Best-Top-Hintergrundbild mehr in den Einstellungen zu finden ist. Das Ganze wirkt hier für mich sehr, sehr unvollständig, unfertig und unvorbereitet. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schade. Zumal der schwedische, zumal der Entwickler eben einer, ja, schwedischen Linux-Community angehört. Und hier eben ein Linux für alle zur Verfügung stellen möchte. Allerdings wird die Installation auf jeden Fall scheitern. Und dieses Scheitern der Installation, das ist das, was die Leute nachher auch abschrecken wird. Besonders dann installieren sie das, was sowieso schon kompliziert ist mit dem Refractor-Installer. Und dann starten sie das System neu und sehen nur einen blinkenden Cursor. Das ist nicht sehr nice. Das einzige Learning, was ich hier eben nochmal mitgenommen habe und was ihr euch auch mitnehmen könnt, ist, wie kann ich eben Probleme lösen, wenn sich ein Betriebssystem eben nicht starten lässt. Diese Probleme löst man dann eben nicht mit diesem selbstgebauten Betriebssystem, sondern man nimmt dann einfach das Original. Ich habe in dem Falle den Debian Rescue-Modus verwendet. Und die Debian Rescue ISO führe ich quasi immer mit mir rum. Die habe ich in meinem USB-Stick am Schlüsselbund quasi dran. Und so kann mir dann auch nichts passieren zwischendurch, falls mal der Grub-Bootloader ausfällt. Und die Rettungskonsole von Debian, die war wirklich kein Hexenwerk. Man muss lediglich wissen, wo jetzt der Installer, der Grub-Bootloader hin installiert werden soll. Und dann führt man das dann einfach aus und dann ist das Ganze fertig und es funktioniert zu 100%. Deswegen kriegt dieses Betriebssystem X-Tix von mir ein ziemlich großes Minus. Ein großes F im Prinzip für Fail. Es ist kein schönes System, zumindest technisch gesehen keine schöne Implementierung eines Forks. Das Original-Debian oder eben auch Ubuntu DDE sind da deutlich fortschrittlicher und besser, was auch die Installation und die Nutzungsweise angeht. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Das Original-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian-Debian Vielen Dank.